Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute diese Geschenkanhänger gebastelt und zwar habe ich die mal etwas anders gemacht, in diese Organza Säckchen gefüllt. Dafür verwendet habe ich fast wieder rein nur Action Sachen und zwar einmal dieses Stempelset aus dem Actionmarkt, dann habe ich das Geschenkband verwendet. Ich habe dieses Schablonset benutzt und zwar dieses hier und diese Streuteile aus dem Actionmarkt. Dann habe ich die Katzen koloriert mit den Stiften aus dem Lidl, aber das könnt ihr auch machen wie ihr wollt, da könnt ihr auch gerne die Buntstifte nehmen und ich habe zwei CD-Marke habe ich hier genommen, also wasserfeste Stifte, einmal etwas breiter und einmal fein für die Linien und ganz normalen weißen Cardstock. Da habe ich 300 Gramm Cardstock genommen, die Katzen habe ich auf Aquarellpapier gedruckt. Ja und wenn ihr gerne sehen möchtet, wie ich das gemacht habe, dann schaut euch doch mein Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.